Hallöchen, meine Damen und Herren. Schaut mal, was endlich offiziell da ist. Deadlock! Man darf es jetzt in Videos und in Livestreams zeigen und seine Meinung darüber kundtun. Und viele fragen sich jetzt, wie man überhaupt Zugang zu dem Spiel bekommt. Und das kann man auf der Storage-Page nachlesen. Geht aktuell nach wie vor nur über Freundeseinladungen. Wenn man das Spiel bereits besitzt, kann man einfach auf Invite Your Friends gehen und dann hat man hier die eigene Freundesliste und kann einfach den Leuten Einladungen schicken. Das heißt, wenn du Deadlock spielen möchtest, dann fragst du einfach irgendjemanden an, der das Spiel bereits hat, und lässt dir den Invite schicken. Bei uns in der Community haben mittlerweile sehr viele Zugang zu Deadlock. Das heißt, ihr könnt einfach zu uns auf den Discord-Server kommen und dort zum Beispiel im Talk-Channel nachfragen. Dann editet ihr euch einfach gegenseitig und dann kann der eine dem anderen den Invite zum Spiel schicken. Ich selbst habe noch nicht allzu viel gespielt und im Moment sind auch die Server down. Um die Uhrzeit werden die ausgeschaltet. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Bis jetzt konnte es mich aber doch nicht von Counter-Strike losreißen, dass ich jetzt sage, oh, ich muss hier jetzt öfter mal ein bisschen reinjodeln. Jetzt, wo man streamen und auch eben auf YouTube zeigen darf, ist das aber möglicherweise eine andere Sache. Wenn ihr wollt, können wir zum Beispiel kommende Woche nach Counter-Strike auch ein bisschen hier reinjodeln. Mich könnt ihr natürlich auch anfragen, zwecks Invite, aber meine Freundesliste ist meistens komplett zugeschissen. Ich glaube, im Moment habe ich fünf Plätze frei, weil ich ein bisschen aufgeräumt habe. Das Problem ist aber beim Einladen auf meinem Main-Account, dass ich nicht bis zum Ende komme, wie man hier sehen kann. Also hier irgendwie, ja. Also ich lege euch also ans Herz, dass ihr am besten einfach andere Leute anfragt, die euch dann das Spiel schicken. Ich schicke es auch mal Biko rüber und werde es auch noch an ein paar andere verschicken. Und dann könnt ihr einfach die einzelnen Leute anfragen und die geben es euch dann. Unser Discord-Channel ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das war es soweit. Ich habe das jetzt eigentlich nur für die gemacht, die eben fragen, wie kommt man an das Spiel ran? Hilfe, wie geht es? Bing, bong. Zumal es jetzt gleich 5 Uhr morgens ist und ich langsam ins Bett möchte. Schreibt gerne trotzdem unter dieses Video hier, ob euch Deadlock interessiert, ob ihr dazu auch gerne mal ein komplettes Video sehen wollen würdet und oder wie es euch eben auch passt mit den Livestreams, ob ihr da mal Bock habt, eine Runde zusammen Deadlock zu zocken. Dann lesen wir uns in den Kommentaren. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder im nächsten Livestream, ab 18 Uhr oder Montag oder Dienstag im nächsten Video. Haut da rein. Danke für die Kommentare, für die Likes und fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.